Hallo und herzlich willkommen zur Live-Demo hier im Showroom in Schopfloch. Ich habe Twinio bereits schon geöffnet und habe mich schon eingeloggt mit meinem Tapio User und wie man hier schön sieht, habe ich schon einen perfekten Überblick über meine Werkzeuge, die ich bereits in meine Subscription aufgenommen habe. Der Vorteil hier bei Twinio ist, dass man mit dem ersten Blick schon sieht, wo sich welche Werkzeuge befinden und wie ist die Verfügbarkeit der Werkzeuge. Der Aufbau ist immer der gleiche, Sie haben ein Produktbild, Sie haben entweder einen blauen Haken oder keinen blauen Haken, Sie haben eine Produktbezeichnung, Sie haben einen Lagerort, damals sieht man direkt, wo sich das Werkzeug befindet, Sie haben die Verfügbarkeit in grün, verfügbar, orange auf einer Maschine oder rot beim Schärfen und Sie haben noch das Herstellerlogo. Das heißt, Sie haben auf einen Blick wirklich direkt den Überblick, was mit Ihren Werkzeugen ist. Sie haben die Möglichkeit, auch hier quasi auf ein Werkzeug drauf zu klicken und dann kommen unterschiedliche Aktionen, die Sie für das Werkzeug oder mit dem Werkzeug durchführen können. Ich gehe hier mal auf ein Werkzeug drauf. Man sieht hier recht schön noch mal das, was man am Überblick hatte, auch noch mal in diesem einen Sheet hier zusammengefasst. Sie haben direkt schon den Überblick über die Prozessparameter des Werkzeugs, also maximal können es drei sein, also Prozessparameter im Sinne von Schnittlänge, also wie viel Schnittlänge hat das Werkzeug, Zersparenvolumen oder Anzahl an Schnitten bei Sägeblättern. Sie können als Kunde hier den Grenzwert schon selber setzen, also gefühlstechnisch einfach setzen, wie viel ungefähr das Werkzeug schafft und dann sehen Sie über die aktuellen Werte, ob der Grenzwert richtig gesetzt wurde, ob er noch mal angepasst werden muss und dann soll es Ihnen einfach helfen zu verstehen, wann das Werkzeug denn zum Schärfen rausgehen sollte. Wenn man hier zum Beispiel auf den Grenzwert draufklickt, sieht man auch eine schöne historische Betrachtung der Daten. Das heißt, wenn Sie ein Werkzeug zum Schärfen einbuchen und es kommt vom Schärfen zurück und Sie beenden den Schärfzyklus, dann startet ein neuer Zyklus des Werkzeuges bei Null und das wird hier historisch aufbereitet dargestellt. Das heißt, Sie sehen hier immer im Vergleich zum Grenzwert und zum aktuellen Wert, wie denn in den vergangenen Zyklen Ihr Werkzeug performt hat. Über den Stift hier unten können Sie den Grenzwert immer anpassen und können manuell den aktuellen Wert eingeben. Sollten Sie eine Maschine haben, die eine Konnektivität zu Tapio hat und eine technische Voraussetzung hat, kann auch bei einer Säge beispielsweise diese Werte aktuell direkt automatisch in Twinio geschrieben werden. Das heißt, Sie müssen hier nicht aktuell die Werte manuell eingeben, sondern Sie haben nach jedem Produktionsvorgang werden die Prozessdaten direkt in Twinio geschrieben und Sie haben so immer den Überblick, wie Ihr Tool in diesem momentanen Zyklus performt. Ich gehe nochmal auf das Werkzeug drauf. Der Bereich Prozessparameter oben ist sehr prägnant, weil man einfach auch hier Optimierung für seine Werkzeuge fahren kann. Sie können dann auch hier dem Werkzeug einen Lagerort zufügen. Hier war jetzt gerade kein Lagerort vorhanden. Ich nutze jetzt einfach mal hier die Möglichkeit und sage, ich buche das erstmal in ein Werkzeuglager ein, in einen Platz 8 beispielsweise und hier sieht man dann direkt, dass der Werkzeuglager 1 zu Platz 8 ausgewählt wurde. Das Tool ist verfügbar, es ist in keiner Maschine und nicht beim Schärfdienst. Sollten Sie zum Beispiel dann auch hier den Lagerort ändern und ich nehme zum Beispiel jetzt eine Maschine, gehe hier auf Bestätigen, dann ändert sich die Location und es ändert sich auch die Verfügbarkeit des Tools. Alles in der Übersicht. Das heißt, Sie müssen nie reinnavigieren in ein Tool. Sie können das Werkzeug zum Schärfen aufgeben. Dafür muss das Werkzeug erstmal aus der Maschine raus. Zwinio ändert Sie daran. Ich sage jawohl, Lagerort zurücksetzen. Jetzt könnte ich das Werkzeug zum Schärfen einbuchen. Mache ich später. Ich will Ihnen auch auf jeden Fall zeigen, dass Sie hier auch das Werkzeug manuell vermessen können. Sie können dann hier die manuellen Messwerte eintragen nach dem Schärfen, damit Sie auch hier mit den aktuellen Werten arbeiten. Unter dem Bereich Mehr können Sie bestimmte Parameter bearbeiten. Sie können aber auch Dateien hinzufügen oder das Werkzeug archivieren, wenn es nicht mehr in Gebrauch ist, kaputt ist oder der Lebenszyklus vorbei ist vom Werkzeug. Es ist also wie ein Löschen, nur wir archivieren die Werkzeuge für Sie, damit Sie einfach zukünftig auch ein bisschen den Blick haben auf die Werkzeuge, welche Sie in der Vergangenheit hatten. Bei Datei anhängen können Sie dann über Datei auswählen, entweder aus der Fotomediathek ein Bild hochladen oder ich nehme ein Bild auf. Dann können wir zum Beispiel jetzt hier so ein Detailbild aufnehmen von oben. Ich nutze dieses Bild. Sie könnten es auch noch mal jederzeit löschen. Wenn es aber okay ist für Sie, lade ich quasi das Bild hoch und das Bild erscheint dann in der Detailansicht hier unter dem Bereich Bilder und Dokumente. Sie sehen links das Produktbild. Es kommt direkt vom Hersteller, gekennzeichnet mit einem blauen Haken. Hier habe ich schon zwei Bilder hinzugefügt. Ich kann auf die Bilder klicken, ich kann sie löschen, ich kann sie mir groß anschauen. Ich kann aber auch PDF-Dokumente hochladen. Das heißt neben Bilder, JPEG, PNG-Dateien auch PDF-Dateien. Zukünftig wird es auch so sein, dass die Werkzeugbegleitkarte, die ihr oftmals auch analog bekommt, hier auch digital erfasst wird und mit als Dateianhang mitgeschickt wird. Aber sie ist ja auch hier schon digital vorhanden. Noch mal zurück zu kommen auf den blauen Haken. Blaue Haken heißt, die Hersteller haben sich schon aktiv integriert in unser System. Leuko, AKE, AGFA, Canifusa, all diese Hersteller schicken uns bereits jetzt schon Daten vorab und diese Daten können Sie als Kunden dann nutzen, um ein Werkzeug direkt mit aufzunehmen in Ihre Werkzeugverwaltung. Dann sehen Sie auch hier, sind hinter dem blauen Haken Originaldaten der Hersteller, quasi diese Daten, die Sie auf einer Werkzeugbegleitkarte erfinden, hier bereits digital vorhanden. Das heißt, Sie scannen hier unterschiedliche Codes der Werkzeuge, ob es jetzt Data Matrix Code oder QR Code ist und nutzen dann die Möglichkeit, mit dem integrierten Scan das Werkzeug aufzunehmen. Apropos integrierten Scan, wenn Sie auf die Kamera gehen und ich gehe hier auf Zulassen, kann ich jetzt zum Beispiel auch hier ein Werkzeug scannen und komme direkt auf das Werkzeug und kann dann direkt weiterarbeiten, kann die unterschiedlichen Aktionen durchführen, die Sie gerade gesehen haben. Auch ein riesen Vorteil von der Integration dieser Hersteller, neben den bereits Originaldaten, die Sie als Kunde bekommen, können Sie über die Codes natürlich auch die Werkzeuge direkt identifizieren. Sollte es mal kein ein eindeutiger Code sein, wie hier jetzt bei der Firma Leuko, generiert Swinio auch immer einen eigenen eindeutigen Code. Diesen QR Code hier, den können Sie ausdrucken und dann den Werkzeug mitgeben auf der Verpackung, in der Box, mit einem Plastikanhänger und dieser Code ist immer eindeutig und hat einen eindeutigen Code dahinter. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein anderes Werkzeug nehme, ein selbst angelegtes Werkzeug, gehe ich auf mehr, kann ich auch hier die bestimmten Parameter, wie Anzeigename oder das Kommentar, ich kann unterschiedliche Kommentare dem Werkzeug hinzufügen, kann ich direkt schon bearbeiten. Das heißt, sollten Sie für Ihre Werkzeuge eigene Namen wählen wollen, wie zum Beispiel Namen aus einer Werkzeugverwaltung, die Sie bereits haben, können Sie die hier eintragen und dieser Name erscheint dann auch in der Übersicht direkt. Also Sie überschreiben quasi temporär den Produktnamen des Herstellers. Genau. Ja, wie bereits vorher schon gesagt, möchte ich nochmal kurz auf das Thema Schärfen eingehen. Beim Schärfen ist es so, dass Sie auf ein Werkzeug gehen. Ich war ja vorher schon beim Schärfen drauf, jetzt will ich es einmal durchführen. Jetzt wird Sie nochmal gefragt, die Applikation fragt Sie nochmal, wollen Sie das Werkzeug wirklich zum Schärfen geben? Ich sage, jawohl, ich möchte es zum Schärfen geben. Was jetzt passiert, die Verfügbarkeit ändert sich auf Rot und Sie haben hier als Location Schärfen. Bis jetzt hat sich noch nichts geändert. Sie können nur jetzt das Produkt oder das Werkzeug nicht mehr bearbeiten, weil es ja auch physisch quasi jetzt zum Schärfdienst rausgeht. Sollte das Werkzeug geschliffen sein und es kommt wieder zurück, klicken Sie auf das Werkzeug und sagen hier Schärfen beenden. Was jetzt passiert, sind ein paar Schritte. Zum einen werden Sie gebeten, die aktuellen Vermesswerte des Werkzeugs einzutragen, die nach dem Schärfen Sie mit dem Schärfprotokoll mitbekommen. Einfach sehr wichtig, dass wenn die Daten von der Maschine geholt werden, sie immer mit den aktuellen Daten erarbeiten. So, ich kann jetzt hier sagen, das wurde jetzt quasi zwei Millimeter kleiner. So, ich speichere das Ganze. Somit haben wir jetzt hier schon bei den Vermesswerten bei dem Produkt die aktuellen Vermesswerte drin. Was auch passiert ist, sieht man hier sehr schön, die Prozesswerte wurden auf null Prozent runtergesetzt. Das heißt, ein neuer Schärfzyklus beginnt. Null Schnittlänge, null Zersparenvolumen oder null Anzahl an Schnitte. Das heißt, Sie können jetzt wieder bei null für Ihren Zyklus starten und die Grenzwertanalyse durchführen. Genau, das ist jetzt momentan das manuelle Einbuchen bei einem Werkzeug. Zukünftig werden wir aber auch hier Schärfdienste mit integrieren in dieses ganze Thema Schärfen, Schärfen von Werkzeugen und auch natürlich das ganze Tracking von Ihrem Werkzeug beim Schärfen. Was auch noch sehr interessant ist, ist der Bereich der manuellen Anlage von einem Werkzeug. Ich habe jetzt von den integrierten Partnern geredet. Da geht es sehr schnell. Sie können scannen, Sie nutzen die bereits vorher hinterlegten Daten. Sie können aber auch jegliche Hersteller nutzen, die Sie in Ihrem Unternehmen haben. Also es ist Herstellerunabhängig in Tünio. Wir wollen Ihnen die Transparenz zu 100 Prozent gewährleisten. Sie können hier den Namen des Herstellers eingeben und dann können Sie das Werkzeug über ein Formular anlegen. Ich lege jetzt mal bestimmt einmal hier einen Schritt und sage, ich will von AKE ein Sägeblatt anlegen, nehme ein Hauptsägeblatt. Dann sieht man hier auf einem Schritt direkt, aha, hier sind Stammdaten hinterlegt, direkt von AKE bei unserem System. Sie nutzen dieses Stammdatum und legen das Werkzeug an. Dauert in der Regel 10, 15 Sekunden und Sie haben ein Werkzeug digitalisiert. Sollten die Daten mal nicht da sein, können Sie über ein neues Item erstellen gehen und haben dann im Bereich der manuellen Anlage sechs bis sieben Felder, die Sie ausfüllen müssen. Und dann ist die Werkzeug auch angelegt. Also was bei uns sehr im Fokus steht, schnell, einfach Werkzeuge digital anlegen und dann unterschiedlichste Aktionen durchführen. Nochmal zusammengefasst, Lagerorte, historische Daten, Prozessparameter, Grenzwertbetrachtung und natürlich das ganze Thema rund um, wo befindet sich mein Werkzeug momentan und wie performt es in meiner Produktion. Ja, jetzt bleibt da zum Abschluss, sage ich nur noch zu sagen, gehen Sie auf store.tapio.one, klicken Sie auf Twinio, holen Sie sich 30 Tage die Testlizenz in 30 Werkzeuge, die Sie kostenlos verwalten können für 30 Tage. Versuchen Sie es einfach mal, testen Sie einfach mal das Produkt und würde mich freuen, wenn Sie da auch Spaß dran haben, so wie ich natürlich Spaß dran habe und dann auch zukünftig Twinio für Ihre digitale Werkzeugverwaltung nutzen. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao.